Hallo! Einen wunderschönen guten Abend hier... äh, guten Abend sag ich schon. Guten Tag! Also bei mir ist es gerade Abend, aber das braucht euch ja nicht zu interessieren, ne? Also von daher einen guten Tag hier nochmal zu Mortal Kombat 9, zu einem kleinen Bonus-Video mit einem... einem Download-Character oder einem Download-Content oder einem Special-Character, wie ihr auch immer wollt. Gut, wir gehen da mal rein und machen so und, äh, machen so. So, jetzt muss ich erst wieder suchen. Wo waren sie denn? Irgendwo macht das Pling und da weiß ich dann, da ist dann, da sind dann die Download-Charaktere. Genau da! Und jetzt, ähm, haben wir einige hier. Wir haben hier Scarlet, wir haben... äh, Rain. Oder war das hier Rain? Ach, Kenshi, Entschuldigung. Ja, Scarlet hat gestimmt. Scarlet, Kenshi, Rain und unser heutiger Ehrengast... jetzt vorher noch in seinem Albtraum-Kabinett und jetzt heute auf unserer Showbühne. So ist es. Und wir gehen mal... nach unten. Und hoffen, dass wir jetzt, äh, eine etwas leichtere Stufe genommen haben. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder eine gewählt, die ich, äh, überhaupt nicht kann. Ihr werdet das wissen und werdet euch totlachen, weil ihr habt's gesehen und ich nicht. Aber, äh, naja, wir werden mal sehen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Guten Abend, Freddy! Äh. Ach, Shiva. Shiva. Okay. Na, komm schon. Okay, diese Shoot-Rufe scheint ein bisschen einfacher zu sein. Okay. Au. Dann bearbeiten wir ein bisschen Shiva. Na, komm. Boah, hoi. Wir sind ja im Tempel oder sowas, glaube ich, gerade. Was haben wir hier noch für Moves? Ich glaube, den hier haben wir noch. Ah, prima. Ja. Ja. Und jetzt machen wir den hier. Oh. Aua. Macht nix. Ja, meinetwegen. Du darfst gerne mal ein bisschen schlagen. Wäre ja sonst langweilig. Ah. Ja, na, komm. Okay. Ich möchte echt ganz gerne noch ein... Na gut. Bringen wir es zu Ende. Das ist der einzige, den ich kann. Freddy gewinnt. Fatalität. Der andere, der Sweep, der ist ein bisschen schwieriger. Ähm, weil da muss man eine sogenannte Sweep-Distanz einhalten. Also so eine schwebende Distanz. Und das Problem ist, sie einzuhalten, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß ungefähr, wie man es machen könnte als Blinder. Nämlich, indem man zum Gegner hingeht und dann auch mal drei Schritte zurück. Aber das... Ist nicht so ganz einfach. Hallo, Kitana. Also werden wir wohl mit dem Vorlieb nehmen müssen. Schätze ich. Ah, wir sind jetzt auf der Insel. Man hört es auch mal Applaus. Im freien Aua. Sag mal, sonst geht es dir weiter noch? Okay. 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 Aber irgendwie ist der Sprecher, stimmtechnisch ist das irgendwie der gleiche wie von Cyrax. Manche Sachen sind sehr ähnlich wie bei Cyrax. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, mal ein bisschen drauf gehört habt, wie Cyrax so schreit, wenn er irgendwie getroffen wird. Das vorhin war das mal hingehen. Äh, nee. Geht nicht, leider. Das geht leider nicht. Leider, leider, leider. Ja, das, äh, könnte es in dem Fall gewesen sein. Ach was, Salz. Einmal machen wir noch. Mal gucken, wer kommt. Wen haben wir denn da? Äh. Bist du Kenshi? Okay, das klingt nach Kenshi. Kenshi hat ja, wie wir auch später im Mortal Kombat X erfahren werden und vielleicht auch schon durch den Mortal Kombat selbst wissen, sein Schwert mit den Seelen der Ahnen. Intus. Und damit, äh, kann er sehr gut erspüren mit seinen Sinnen, äh, wo er genau ist. Und, und, und was ihm, äh, davorsteht. Und, ähm, ja. Das kommt also dann in Mortal Kombat X auch nochmal vor. Und da haben wir auch die Geschichte von Kenshi drin. Und ich dreht ihn durch die Welt so, wie es mir gefällt. Huch, aua. Süße Träume. Ah, ich darf noch keine X-Rays? Na gut. Möchtest du mich noch ein bisschen schlagen? Nein? Komm her. Komm her, du Daredevil des Mortal Kombats. Okay, wir versuchen das nochmal. So, und jetzt nochmal hier. Äh, äh. Nee. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es leider nicht hin. Na gut, ähm, nichtsdestu weniger trotz machen wir dann noch gleich die Story von Freddy Krueger. Die wird aber allerdings auf Englisch sein. Und dann hab ich mich auch schon verabschiedet damit. Huch, ich muss ein Mikro runtertun. Verlotter. Okay, hallo nochmal. Und jetzt Freddy Krueger gegen Shao Kahn. Okay, so könnte man es schaffen. Ah, meine Finger. Verdammt. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Ich hab mir gedacht, das lasse ich euch jetzt nicht entgehen. Oha. Entgehen. Verdammt. Das geht ganz schön in die Finger. Ah. Verdammt. Verdammt. Nein! Na, komm schon! Ah! Ah, das geht ganz schön in die Muskeln. Oh! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Oh, ich muss mal irgendwie anders umgreifen. Ich weiß nicht mehr, wie ich's machen soll. Oh! Ja! Freddy Krueger besiegt Shao Kahn. Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. The demonically enhanced weapons had been more than a match for the Emperor's dark magic. Though Freddy had saved Earthrealm, Nightwolf recognized him as an evil spirit and in a shamanistic ritual sent him back to the Dream Realm. But that decision proved ruinous. Freddy did not resist. He welcomed a return to immortality. From the Dream Realm, he will again create a nightmare in Earthrealm. A nightmare in Earthrealm. Sehr schön. Ui, ja. Okay. Okay. Schön. So. Kommt da noch was? Okay. Äh. Muss ich jetzt da was machen? Ich möchte es eigentlich gerade nicht wechseln. Das schaut bestimmt nicht schlecht aus. Ich glaube, ich verabschiede mich mit diesem Bildschirm. Das war Mortal Kombat 9. Jetzt endgültig. Mit Freddy Krueger, der Shao Kahn besiegt hat. Auch wenn es ganz schön in die Finger ging. Ganz ehrlich. Der Bildschirm ist cool. Also, er hört sich zumindest cool an. Träumt schön. Und bis zum nächsten Mal. Bei Mortal Kombat X.